Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 350. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei, wenn sie nicht gerade husten muss, die Frau Alex. Servus. Der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und zumindestens für die nächsten 34,5 Minuten noch der Herr Basti, bevor er wieder zu 93 geht. Gude und Grüße. Schön, dass die Alex auch wieder am Start ist. Ja, freut mich auch. Ich habe im Vorgensprecher schon gesagt, meine zweitliebste Lexi. Der wird nicht besser, wenn man ihn zweimal macht, Basti. Es ist kaum noch zu toppen. Ja, das ist großartig. Jeder, der es nicht kennt, möge es bitte jetzt googeln. Ja, oder auch nicht. So, wir wollen heute reden. Es gibt einige Ehe-Streits, die wir jetzt hier vor uns haben. Was hast du denn angeschaut? Verlauf löschen. Cookies löschen. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Definitiv. Nur privat und irgendwie am besten ein zweiter Rechner und den danach verbrennen. Wegschmeißen. Wegschmeißen, verbrennen, was euch halt so einfällt. Ja. Oder einfach danach irgendwelche Interviews mit Thorsten Legert gucken. Das relativiert alles wieder. So, wir wollen heute über die Eintracht reden. Bevor wir das tun, habe ich eine kleine Info für die Hörerinnen und Hörer da draußen, weil wir gerade sehr viele Anfragen kriegen nach Aufklebern. Ich habe hier noch so ein Paket mit tausend Aufklebern stehen. Ich habe bei uns auf der Seite ein Kontaktformular angelegt. Jeder, der sich da eintritt, kriegt von mir zehn Aufkleber geschickt. Solange noch welche da sind. Also, schnell sein hilft. Idealerweise werft ihr bei uns in die Spendenkasse eine Kleinigkeit für das Porto ein. Ja. Ich frage das nicht ab. Ob ihr es macht oder nicht, ist mir am Ende relativ egal. Aber toll wäre es, dann bleiben wir nicht auf den ganzen Kosten dafür sitzen. Ich warte ein bisschen, bis da sich genügend Leute eingetragen haben, weil ich jetzt keine Lust habe, für jeden Umschlag irgendwie einzeln zur Post zu rennen. Ich mache dann lieber so einen großen Stapel und schiebe das da bei der nächsten Postfiliale dann irgendwie über den Tresen. Die gucken da wahrscheinlich so ein bisschen blöd, wenn ich da mit so 200 Umschlägen oder irgendwas anmarschiere. Also von daher, tragt euch ein. Mal gucken, wie weit wir mit den 1.000 kommen. Ansonsten bestellen wir vielleicht nochmal nach. Link findet ihr in den Shownotes. Und damit kommen wir zu all dem, was sich gerade so aktuell ist bei der Eintracht tut. Und fangen wir vielleicht mit dem an, was schneller geht. Jan Zimmermann hat seinen Vertrag verlängert und bleibt der Eintracht bis 2021 erhalten. Kleiner Applaus. Ole, ole. Grüße. Grüße. Genau. Ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen. Es ist gut, dass wir ihn da haben und dass er bleibt. Ich glaube, das ist von der Persönlichkeit ein angenehmer dritter Torwart. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Der macht wenig Stress. Der setzt sich für die Mannschaft ein. Der hilft ja auch den Jungs hier in dem E-Sport-Bereich so ein bisschen mit. Also ich glaube, das ist echt ein guter Typ. Und wie du schon sagst, als dritter Torwart echt nicht verkehrt. Da gibt es schlechtere. Ja, nicht nur das, ich habe es in dieser Berichterstattung, weiß ich nicht, aber die kennt von RTL Nitro, dieser Countdown für Europa. Da hatten sie ihn einmal begleitet und er hat auch so ein kleines Fitnessprogramm neben dem Training für Teile der Mannschaft ins Leben gerufen. Und er hat auch gesagt, naja, nicht jedem Spieler ist hier irgendwie bewusst, wie wichtig Athletik ist. Und hat für die dann nochmal so ein extra Fitnessprogramm neben dem Training, was er halt für die Leute anbietet und so. Also der scheint sich halt an ganz vielen Ebenen einzubringen. Und ich glaube, als Spieler spielt er tatsächlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Aber ich glaube, neben dem Platz könnte das ein wichtiger, dauerhafter Bestandteil auch für die Eintracht sein. Ja, auf jeden Fall. Das passt auch zu dem, was Freddy Bobic gesagt hat. Er hatte im Interview, ich weiß gar nicht mit wem, das müssen wir nochmal gucken, wo genau das herkommt. Aber der Text lautet, Jan ist ein sehr wichtiger Baustein in unserem Kader. Er hat die nötige Erfahrung, um den jungen Spielern Rückendeckung zu geben und ist eine wertvolle und loyale Unterstützung für seine Kollegen. Passt ja dann genau zu dem eigentlich, ja, im Endeffekt, ihr habt es schon sehr gut gesagt, guter dritter Torwart, muckt nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Spielminute bekommen hat in irgendwelchen Testspielen mal oder sowas. Keine Ahnung, ich habe es leider jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Aber prinzipiell ist das natürlich super wichtig, dass er gerade den jungen Spielern ein bisschen Unterstützung gibt. E-Sports hast du ja auch schon gesagt gehabt, ist vielleicht auch nochmal ein Bindeglied, ein gutes. Ne, ist eine feine Sache auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir zu dem Thema, was vielleicht etwas länger dauert und etwas unschöner ist. Wir hatten es ja schon so ein bisschen, ja, angedeutet, vermutet, dass wenn sich bei dieser ganzen Verletzungsthematik rund um Haller so lange nichts tut, dass es dann doch vielleicht schlimmer ist, als man am Anfang gedacht hat. Und jetzt sieht es auch in der Tat so aus. Ich weiß nicht, ob es da was Neues gibt. Ich bin heute nicht so richtig zum Lesen gekommen wegen OP. Also er scheint immer noch Probleme mit der Bauchmuskulatur zu haben, war jetzt irgendwie nochmal bei einem Spezialisten und sie versuchen irgendwie alles, dass er um eine OP drumherum kommt. Aber das sieht irgendwie alles so danach aus, dass er diese Saison wohl nicht mehr auflaufen wird. Ja, das ist, bei solchen Sachen muss ich jetzt, das ist eigentlich auch irgendwie schön, ich muss immer an Dennis denken. Ja, das ist dich auch an dich, danke. Wie weißt du, zu denken? Warum habt ihr beide Probleme mit eurer Bauchmuskulatur? Das auch, das auch. Also Dennis, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber du bist nicht die Nummer eins, die mir bei Bauchmuskulatur einfällt. Oh, alle. Aber wenigstens dann Nummer zwei, hoffe ich. Ganz weit oben in den Top Ten auf jeden Fall noch. Nein, also ich muss sagen, bei Dennis und ich haben das ja hier schon immer, wir befürchten das ja jedes Mal, das hat mit Fabian angefangen, Abraham, da kann man überall durchgehen. Das war hier auch so. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Ding, wo man so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass man nicht unfair wird der medizinischen Abteilung gegenüber. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, jetzt geht die erst zum Spezialisten oder was? Also so, ein bisschen merkwürdig. Wirkte wieder komisch, ja. Wirkte wieder komisch, aber das kann vielleicht auch daran liegen, dass wir da aus der Vergangenheit geschädigt sind. Da muss man aufpassen, dass man da nicht zu unfair wird. Trotzdem ist das wieder so ein Ding, da wirst du als Eintracht-Fan immer hellhörig und denkst, das ist kompliziert. Dann weißt du genau, wenn die sagen, ja, für die nächsten zwei Spiele wird es auf keinen Fall was. Das heißt, im Eintracht-Sprech vier Wochen. Das kann man, glaube ich, mit Hochrechnen. Ich rechne mit dem gar nicht mehr. Das Problem ist auch, dass ich immer, ich finde es ja gut, wenn es im Endeffekt ohne OP geregelt werden soll und so weiter. Du merkst aber einfach auch, ich habe da auch oft das Gefühl, jetzt wird hier wirklich nochmal alle Schubladen, haben wir nicht noch irgendwie eine medizinische Sensation irgendwo im Internet gefunden, so ungefähr. Dann gucken wir nochmal, ob das nicht irgendwie funktioniert, bevor wir hier eine OP machen. Klar, OP heißt natürlich dann auch, er fällt definitiv natürlich dann noch länger aus. Andererseits, wir brauchen natürlich auch einen Haller, der dann wieder hundertprozentig danach einsatzfähig ist. Dass dieser Mist wieder aufbricht, habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass, wenn es eben nicht wirklich so gemacht wird, wie es einfach Standard ist. Denn ich kann mir vorstellen, natürlich kenne ich mich jetzt auch medizinisch nicht so hundertprozentig da aus, was da die Medien ja bis jetzt so berichtet hatten, lag es ja wohl wirklich daran, dass er bei jeder Dauerbewegung auch im Endeffekt Schmerzen im Bauchmuskelbereich hat. Das ist natürlich dann Mist und muss man natürlich gucken, wie lange dauert sowas, wie lange würde eine OP dauern, wie lange dauert diese konventionelle Behandlung. Das ist oft, finde ich, bis dann, oft wird alles ausgeschöpft, bis dann eine OP kommt, die OP uns dann nochmal nach hinten wirft, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen zu, naja, ich weiß nicht. Ja, also, wie gesagt, ich will mich da gar nicht reinhängen, Basia, hast du völlig recht, wir können es eh nicht von hier aus nicht einschätzen, das ist nur wieder sehr ärgerlich, dass uns so ein wichtiger Spieler gerade in dieser wichtigen Phase wieder nicht zur Verfügung steht. Weiß man denn jetzt eigentlich, wodurch das jetzt gekommen ist, ist das eine Spielverletzung oder ist das tatsächlich, was man ja auch irgendwie immer wieder hört, noch irgendwie Nachwirkungen von diesem komischen Schwerelosigkeitstor-Ding da? Ja, also nicht. Keine Ahnung, gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich hoffe nur, ja, was heißt ich hoffe, die Befürchtung ist, ich glaube, das ist ein viel größerer Knick in unserer Saison, als wir uns alle vorstellen. Also das ist für mich mit dafür verantwortlich und wir werden ja hoffentlich gleich darüber sprechen, dass so ein Spiel wie gegen Hertha genauso läuft, wie es läuft. Das liegt nicht nur daran, dass die fertig sind, weil die kämpfen und sind trotzdem, wirken die auf mich im Kopf wach. Die Spielstatik hat sich nur geändert, dass dieses unter Halle, ja auch schon einigermaßen simple System, jetzt noch mehr versimpelt wird, weil er nicht mehr diese, ja, der zieht nicht mehr die Leute auf sich. Dann hat Jovic nicht mehr so viel Platz, Rebic auch nicht. Das ist echt übel, weil in der Hinrunde war es gegen Nürnberg, war ich im Stadion, da kam er auch erst in der zweiten Halbzeit rein oder später. Da hast du auch schon und da schon gemerkt. In Hoffenheim war ich auch, da hat die Eintracht zwar glücklich gewonnen, so wie mit Rebic zu seinem Barber-Tor, da war es aber auch schon so. Das heißt, immer wenn er nicht da ist, merkst du das und das ist ja nicht bei vielen Spielern so. Manchmal kannst du einen Spieler, kannst du mal jemanden ersetzen, selbst Vallett kann mal jemanden ersetzen, selbst Ruß kann ab und zu mal jemanden ersetzen. Aber es ist noch keiner aufgetaucht, der Halle ersetzen konnte, weil ich finde, das merkt man so krass, wie anders dieses Eintrachtspiel ist, wenn er nicht da ist. Ja, das stimmt. Ich sehe das gar nicht so schwarz wie ihr, weil ich finde, wir haben dieses Jahr echt ganz, ganz wenig Verletzungspech gehabt. Wir haben ein paar Langzeitverletzte, wie Lukas Toro, der jetzt wieder zurückkommt und ich finde, gerade einem Jovic merkt man brutal an, dass er nicht mehr zu 100% auf dem Platz ist. Also dem gelingt ja echt kaum noch was. Ja, weil wenn du dich mal an das Düsseldorf-Spiel erinnerst, da macht er mit jedem Ballkontakt ein Tor und jetzt braucht er 15 Ballkontakte, um einmal überhaupt in Richtung des Tors zu kommen. Also ich glaube, da sehe ich einen riesen Einbruch und das alleine auf Halleer zuzuschieben, auch ein Danny da Costa, ich finde, dem merkt man gerade extrem an, dass der ganz lange über seinen eigentlichen Möglichkeiten auch gespielt hat, getragen von Euphorie und Willen. Und jetzt kommen halt viele Sachen einfach zusammen. Im Mittelfeld fehlt uns ein bisschen Spielklasse, weil da ist ein Rode, der rennt und grätscht und fightet, wie es geht. Aber so ein richtig spielstarker Spieler, wie es ein Degussmann zum Beispiel sein könnte oder wie es auch ein Gacinovic mal sein könnte, die aber mit so viel Schatten neben ihr ein bisschen Licht auf dem Platz rumrennen, da passiert halt nicht so viel. Alex, ich bin zwar prinzipiell bei dir, dass du natürlich recht hast, dass ein Jovic und da Costa und so weiter, man merkt denen an, dass die Saison jetzt lang war, man merkt auch den Spielern an, dass sie sich nicht mehr jedem Spiel so 150 Prozent motivieren können, was sie ja eigentlich brauchen, um dann ihre Klasse abzumachen. Aber ich finde auch, dass man merkt, dass ein Halleer extrem fehlt, weil er gerade so Spieler natürlich wie ein Jovic glänzen lässt, die Räume gibt, auch mal ein bisschen das Spiel, ja, ich sag jetzt mal, an sich reißen kann, einfach den anderen auch ein bisschen Platz gibt, damit die sich entfalten können. Und da muss man wirklich sagen, jetzt gerade beim letzten Spiel gegen die Hertha hast du gemerkt, Degussmann kann diese Offensivrolle überhaupt nicht übernehmen und war ja wirklich grauenvoll. Ich finde auch, das Vakuum, was Alex angesprochen hat, das ist ja genau das. Kacinovic ist nicht mal mein Nummer-Eins-Pick, aber trotzdem wäre wenigstens wichtig, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und als wir das nicht hatten, finde ich trotzdem, dass Halleer das auch ein bisschen gemacht hat, weil er trotzdem, klar ist er so ein bulliger Mittelstürmer, trotzdem ist er extrem ballsicher, der kann auch mal ein Spiel verzögern, eigentlich so Sachen, die du vor einem Spielmacher haben willst. Und ich finde, das fehlt uns gerade komplett, wenn Gacinovic und Halleer nicht spielen und du spielst mit so einem Mittelfeld, boah, da kommt nicht mehr viel, weil dann, da würde ich fast lieber mir die wieder, die Büffelherde ohne Halleer, dann tu Paciencia rein, mach Rebic wieder auf die Zähne, auch wenn das keine ideale Lösung ist. Und falle einfach übers Mittelfeld drüber. Ja, dass Paciencia da kein größeres Replacement irgendwo ist. Also den würde ich auf jeden Fall entweder mit einem der beiden, also Rebic oder Jovic, wobei ich tatsächlich Jovic echt auch mal momentan draußen lassen würde. Weil ich glaube, also dem, finde ich, merkt man neben der Costa am meisten an, dass da einfach die Power fehlt. Und dann halt einfach mit Paciencia rein, weil der hat halt auch gezeigt, dass er, was der, bei dem sieht das alles so gestolpert aus, aber der ist halt auch super am Ball, was der auch teilweise mit seiner Größe und seinem eigentlich schlachsigen Körper an Dribblings hinbekommt und auch mal gegen zwei, drei Spieler den Ball behaupten kann. Also den sehe ich da am ehesten, der da in die Lücke stoßen könnte. Und man hat daran denken, Alex Meyer sah das auch immer sehr gestolpert und zufällig aus. Ja, aber Alex Meyer kam halt auch nichts bei rum, ne? Nee, aber ich finde es schon, das ist wirklich, das hast du dann auch gemerkt, als er reinkam. Da war es aber fast schon wieder im Brunnen gefallen. Ich finde trotzdem, bei allem, was wir jetzt angesprochen haben, gibt es fast für mich keine Entschuldigung, so eine leblose Hertha nicht zu besiegen. Also da bin ich auch echt sauer, weil das war nicht wie gegen Augsburg. Gegen Augsburg kam hier eine Mannschaft hin, die hatten einen neuen Trainer, die waren trotz Rückstand dann trotzdem weiter motiviert, haben ein schönes und zwei komische Tore geschossen. Die Hertha kam hier für mich an so, wie, keine Ahnung, so, ja, macht ihr mal. Also die wirkten auf mich nicht allzu, ja, wie soll ich sagen, widerstandsfähig. Nee, waren sie auch nicht. Das fand ich dann sehr, sehr erschreckend. Ich fand es sehr, sehr erschreckend, dass dann, egal wie müde du bist, dass du eine Mannschaft, die trotzdem auch nichts auf den Platz bringt, dass du die nicht irgendwie zumindest 1-2-0 besiegen kannst, fand ich echt sehr, sehr, sehr ärgerlich. Egal, was dann am Tag da drauf passiert ist mit Wolfsburg. Weil wenn ihr euch überlegt, hätten wir diese zwei Punkte mehr, dann wären wir echt fettestens im Geschäft. Hast aber natürlich das Glück, dass Trapp so gehalten hat. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Oder Ibizovic hat ja auch. Blöder, blöder, genau, richtig, ja. Also für mich war es trotzdem kein Vergleich zum Augsburg-Spiel, sondern Augsburg war eine Mannschaft, da musst du am Ende des Tages sagen, ja gut, scheiß drauf, haben wir ja Pech gehabt, dass sie den Trainer gewechselt haben. Boah, bei Hertha fand ich, da habe ich keinen Erklärungsansatz gefunden, wie man die nicht irgendwie zumindest 1-2-0 sich herspielen kann. Weil man überhaupt nichts irgendwie hergespielt hat. Also wir hatten eine Passquote, die war zwischenzeitlich unter 60 Prozent. Also da kam ja selbst ein Kurzpass über zwei Meter, kam ja nicht an. Und das auch nicht unbedingt, weil die Hertha jetzt irgendwie viel schneller war, sondern weil das Ding auf halber Strecke irgendwie verhungert ist. Also man hatte so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass einfach zu sehr dieses, vielleicht dieses Euroleague-Spiel schon in den Köpfen war. Und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der Fokus mehr da drauf liegt. Und man auch so ein bisschen, ja, schonen wollte, weil anders, da kann ich mir die Wechsel nicht erklären. Aber wie Alex auch schon sagt, einfach viele Spieler nachvollziehbarerweise momentan gnadenlos überspielt sind. Ja, also man kann es einem Danny da Costa, finde ich, nicht vorwerfen, nach 46, 47 Pflichtspielen in dieser Saison, die er alle über 90 Minuten gemacht hat, dass der Kerl halt auch einfach irgendwann mal durch ist. Ja, aber da könnte man jetzt vielleicht auch mal gucken, dass man langsam mal auch, also in so einem Spiel gegen die Hertha, wo halt echt nichts geht, dann kannst du auch in der zweiten Halbzeit mal sagen, so Danny, jetzt setz dich auf die Bank, rust dich aus, die Ente ist wieder fit, dann kommt halt der Chandler mal wieder rein. Also der trainiert ja jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen mit, ne? Und schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Aber war Chandler überhaupt im Kader gewesen? Also gegen Augsburg war es definitiv. Ich meine gegen die Hertha nicht. Ich glaube, er war gar nicht im Kader. Touré hättest du spielen lassen können. Touré hättest du da reinbringen können, ja, ja, das wäre gegangen. Aber ansonsten... Na gut, mit Touré hättest du dir halt jegliches offensives Element, ne? Wir hatten auch so kein offensives Element. Lass es dazu, dass wir sagen, dass die Spieler platt sind, körperlich platt normalerweise. Das kann nicht sein. Das sind Profis, natürlich 47, 48 Spiele, was weiß ich. Aber es kann trotzdem nicht sein. Ich finde auch, dass wir teilweise in Zweikämpfe, auch Spieler, die nicht, da Costa mal ausgenommen jetzt vielleicht auch, aber auch in Rode oder in Fernandes, wenn du da teilweise die Szenen gesehen hast, ich glaube, es war Ende der ersten Halbzeit, wo eigentlich, ja, die Hertha völlig frei agieren konnte. Und das kurz vor unserem 16-Meter-Raum, das darf halt überhaupt nicht passieren. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das rein an dem körperlichen, oh, ich bin so platt, sondern die sind einfach irgendwie momentan blockiert. Ja, vielleicht denken sie auch zu viel nach. Was könnte jetzt kommen? Es tut mir wirklich ein bisschen leid, dass du da teilweise die Situation jetzt so blöd verspielst. Und dann auch gerade, wir sind manchmal so schlecht in die Zweikämpfe reinkommen. Dann, ihr habt es schon angesprochen, die vielen Fehlpässe. Das kann, das hat eigentlich zwar natürlich auch mit der Fitness was zu tun. Vielleicht sind die Pässe etwas zu optimistisch gespielt gewesen. Auf der anderen Seite aber auch, Leute, konzentriert euch mal und verspielt den ganzen Superboost, den ihr eigentlich jetzt hattet, die letzten Spiele und Wochen. nicht in diesen letzten paar Spielen, nur weil ihr ein bisschen müde seid im Kopf. Ich glaube nicht, dass das an körperlicher Fitness lag, sondern für mich war das zu 80, 85, 90 Prozent so ein rein mentales. Woher glaubt ihr aber, woher kommt das? Ist das normal, weil du anfängst zu überlegen? Also das Ding ist, ich bin in keiner Weise sauer auf diese Mannschaft. Ich bin einfach nur traurig, weil man denkt, Alter, so eine Chance, die kommt wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr. Denkt ihr, dass die ihre ganzen Fokussierungen und Körner, alle, die sie drin haben, in der Euroleague lassen und dass vielleicht sogar auch der Trainer den Fokus nicht eben auf so einem Augsburg oder so einem Hertha-Spiel hat? Oder ist das einfach jetzt an dem Gegner geschuldet, dass du denkst, okay, eigentlich ist das Hertha-Spiel wichtig, aber das ist halt trotzdem wie Hertha im Unterbewusstsein? Weil das würde mich interessieren, ob das bewusst so ist oder ob das einfach so halt passiert. Weil wenn du dann so eine rauschende Nacht gegen Benfica hast, dann hätte ich auch keinen Bock, danach in Wolfsburg zu spielen, danach gegen die Hertha. Aber das darf eigentlich nicht sein, weil dieses Wolfsburg und dieses Hertha-Spiel ist eigentlich wichtiger als jedes Chelsea- und Lissabon-Spiel. Weil wir reden hier über die fucking Champions League, die dir was weiß ich wie viele Millionen schon mal von vornherein garantiert. Ich bin da auch selber hin und her gerissen, weil ich ja trotzdem als Fan auch mehr Körner in den Europa-League-Partien lasse, weil die Stimmung ist viel krasser, muss man sagen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich meine, eigentlich merken wir das an uns selber. Ja. Du gehst Donnerstagabend, gehst du ganz anders ins Stadion rein oder du fährst ganz anders nach Mailand oder nach Lissabon. Da gehst du schon mit so einem Geilheitsgefühl ins Stadion rein. Und ich war am Wochenende nicht im Stadion, weil ich krank zu Hause lag. Und ganz ehrlich, ich war froh, auf der Couch zu liegen. Also wäre jetzt Euroleague-Abend gewesen, da hätte ich mir gedacht, oh nein, verdammt, warum kann ich nicht da sein und hätte alles versucht hinzugehen. Egal unter was für Bedingungen. Aber so dachte ich mir halt auch, jo, Hertha, alles klar. Und ich will nicht sagen, dass die die gleiche Einstellung haben, aber so unterbewusst schwingt es, glaube ich, schon mit. Und das kann ich natürlich auch vorstellen. Ja, hast du recht, weil automatisch bist du natürlich angeheizt. Die Fans sind natürlich auch, du hast es schon richtig gesagt, Alex. Ich glaube auch, die Fans sind eine wichtige Komponente, denn du kommst in die Stadien, das ist eine Mega-Koreo. Die Hütte wird fast abgebrannt, weil die Leute so richtig geil drauf sind. Und ich denke, das siehst du ja auch immer an diesen schönen, ja, ich sage mal, wenn sie in der Aufstellung noch im Endeffekt am Mittelkreis stehen, wenn dann die Spieler mal gefilmt werden, siehst du ja wie, oh, geil, guck mal, was hier wieder los ist. Ich denke schon, dass diese Motivation, die du eigentlich auch in der Bundesliga bräuchtest, in der Europa League automatisch kommt, weil einfach die Gesamtumstände gut passen. Aber das ist eigentlich für mich dann noch trauriger, dass es im Endeffekt, natürlich ist es sehr einfach, vielleicht dann bei so einem Euroleague-Spiel nochmal zu sagen, komm, nochmal ein Prozent mehr, weil die Fans gehen richtig mit. Aber da wundert es mich, dass wir es nicht hinbekommen und auch der Trainerstab und alle, die dann dazugehören, nicht hinbekommen, irgendwie eine Motivation, auch für die Bundesliga hinzukommen. Denn, Basti, du hast es richtig gesagt gehabt, eigentlich ist das unser Kerngeschäft, wo wir im Endeffekt jetzt gucken müssen. Du hast die Chance, jetzt einmal in was weiß ich wie viel Jahren da oben dich festzusetzen. Und dann sind halt diese zwei oder drei oder vier Prozent, die du normalerweise einfach noch durch geile Fans, geile Atmosphäre und mal ein neuer Gegner hast, die müsstest du doch irgendwie da auch mit einer gewissen Aussicht auf die nächste Saison motivieren können. Aber irgendwie scheint da das Trainerteam und Co. die Spieler nicht so wirklich zu erreichen. Und selbst scheint es auch nicht hinzukommen. Aber was willst du denn nach der 47. Kabinenansprache noch sagen? Ja, das ist so. Also ich meine, die haben jetzt den 47. Film vor einem Spiel gemacht, den sich die Spieler angucken, um motiviert zu werden. Die haben zum 47. Mal gesagt, geht raus und gewinnt. Und was ja auch noch so ein bisschen mitspielt, ist ja auch, dass bei dem einen oder anderen Spieler auch der Berater irgendwo mit dabei ist. Also ich meine, Jovic ist auch gut abgefallen, seit diese ganze Barca-Real sonst irgendwas Diskussion rund um ihn läuft. Und dann kommt der Vater noch mit irgendwelchen Zuhause-Interviews und mischt sich ein. Das geht garantiert auch nicht alles spurlos an dir vorüber. Also ohne jetzt böse sein zu wollen, aber so ein Jovic weiß, wenn er nächstes Jahr Bock hat Champions League zu spielen, dann spielt er das. Und ich glaube, das ist auch sowas, was einfach auch für den Spieler auf dem Platz, also ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, schwieriger zu greifen ist. Weil wenn du jetzt diese Saison Platz 4 erreichst, dann hast du zwar was Historisches erreicht, aber die tatsächlichen Auswirkungen dessen spürst du ja eigentlich erst in der nächsten Saison, wenn du dann tatsächlich dann in einem Stadion aufläufst, die Champions League-Hymne da irgendwie ist. Ja. Wohingegen in der Euroleague du jetzt schon quasi weit über dem erwarteten Soll irgendwie drüber bist und du weißt, dass du damit quasi ab dem Zeitpunkt Ende der Saison, wenn du diesen Pokal in den Händen hast, das schon hast. Also das ist einfach viel näher dran und viel greifbarer für so ein Spieler. Plus halt eben der Faktor, der Verein macht viel mehr rund um diese ganzen Euroleague-Dinger. Du hast diese große Choreo und dann spielst du Samstagmittag 15.30 in echt fürchterlich strömendem Regen gegen eine Mannschaft, die halt auch absolut keinen Bock hat, irgendwie gerade Fußball zu spielen, die dich auch nicht irgendwie mal motiviert, da irgendwie mehr hinzugehen. Also kann ich mir halt schon vorstellen, dass das schwierig ist. Also das ist ja kein Problem, was nur die Eintracht hat. Nee, natürlich. Ja, eben. Guck dir an, wie Bayern gegen Nürnberg rumgurkt. Also das sind halt auch so Sachen. Oder auch jetzt Dortmund. Ich glaube einfach, dass wir uns da auch erst dran gewöhnen müssen. Dortmund nicht Meister werden. Ich glaube, wir müssen uns da auch als Eintracht-Fans dran gewöhnen, dass wir auch einfach, obwohl wir jetzt diese Euphorie-Erwartungen haben und die haben wir alle, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, aber wir haben ja auch jetzt die letzten Wochen immer gerechnet, Champions League, Champions League. Das kann ja auch passieren. Das kann immer noch passieren. Grüße nach Wolfsburg. Es kann immer noch passieren. Die Sache ist, wir müssen uns wirklich dran gewöhnen. Ich glaube, weil diese Spiele, hat Alex ja gesagt, die gehören nicht nur zu Eintracht. Das war Dortmund auch. Dortmund für die zuhauseigen Schalke 4 zu 2, wo du denkst, alle Schalke hat gefühlt in den letzten 100 Jahren keine vier Tore geschossen und gegen Nürnberg. Die sind, glaube ich, drin. Ich glaube, das ist ganz normal. Es ist trotzdem ärgerlich, aber das ist eine andere Wut, die man sonst auf die Mannschaft hatte, als teilweise sie sich haben hängen lassen. Das ist halt, da ist man eher einfach so auf diese Tatsache, dass da nicht einfach einer reinkullert, der ja auch hätte reinkullern können, die Guzman muss eigentlich zwei Tore machen. Alter, was habe ich mich über den aufgeregt? Wie kann man da bitte bei dem Ding aus der Entfernung so in Rückenlage gehen und das Ding in den achten Stock schießen? Und das ist einer, bei dem zählt die Ausrede, müde überspielt sonst irgendwann. Das ist ein Einwechselspieler, der muss genau dieses Spiel entscheiden. Der muss dieses Spiel entscheiden. Ist genauso wie bei Rode, da zählt es für mich auch nicht. Der hat die letzten drei Jahre nichts außer trainiert, für eine Halbsaison bei uns zu spielen. Also da muss einfach auch noch Power sein. Da kann man höchstens am Anfang, hätte man sagen können, hat keine Spielpraxis, aber der kann nach 15 Pflichtspielen nicht am Ende sein. Obwohl wir doch da, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel war das denn, wo er schon mit Krempen nach 80 Minuten abgehangen hat. Die letzten Fünf? Ja, nee, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist ein Rode einfach auch körperlich. Gut, dass der in den Loch fällt, ist glaube ich noch normaler, nachdem du da gar nichts gemacht hast. Aber trotzdem ist es so, wenn Degusmann diese Chance hat, muss das halt einfach, so Patience hat es ja auch teilweise gemacht. Der hat uns ja dann auch wichtige Tore geschossen, obwohl er nicht immer in der ersten Reihe stand. Das sind, glaube ich, dann diese Spieler, die, die eigentlich diese Spiele gewinnen müssen. Haben es jetzt nicht gemacht. Ich will aber trotzdem auch gar nicht jetzt, wenn ich jetzt gleich wieder rübergehe zu dem Verrückten, mit einem negativen Gefühl ausgehen, weil, Leute, ganz ehrlich, die Sache, ich sage es jetzt mal so, es kommt jetzt alles auf diese nächsten zwei Spiele an, Leute. Wenn die Eintracht irgendwie, und das kann ja passieren, wenn die Hölle zufrieden, 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 dann hast du zu Hause gegen Mainz 05 Matchball um die Champions League, weil vom Torverhältnis wird uns keiner mehr einholen. Das ist trotzdem eine kranke Situation, auch im positiven Sinne. Weil, klar ist Leverkusen jetzt favorisiert und ich rechne mir auch nicht so viel aus, gerade wenn wir so spielen wie gegen Hertha, weil Leverkusen auch echt gut gespielt hat. Trotzdem haben wir im Fußball schon alles gesehen. Wobei das auch wieder was anderes ist, wenn du gegen jemanden spielst, der auch Bock auf Fußball hat. Ich wollte gerade sagen, gegen so Gurken, Eier, wo auch Bälle teilweise kommen, wo die Leute selber nicht wissen, warum der Ball jetzt genau da lang gelaufen ist. Das passiert dir mit Leverkusen nicht und Leverkusen ist hinten auch nicht unanfällig. Genau. Machen wir uns mal nichts vor, ein Radetzki, ja, auf der Linie geht nicht so viel, aber wenn der rausläuft, da geht auch alles. Ja. Also das war ja das, was ich auch gemeint habe gegen die Hertha. Du hattest halt da auch keinen Gegner, der dich irgendwie mal motiviert, da ins Spiel zu kommen, wohingegen Leverkusen, die sind nominell vielleicht der Favorit, die haben auch noch Ambitionen, da irgendwie nach oben zu rutschen. Tante Käthe wird denen ordentlich irgendwie die Locken vorher durchdrehen. Also da hast du wahrscheinlich schon einen, der dir ein bisschen mehr anbietet und wo du vielleicht auch eher dann wieder Motivation auf dem Platz findest, da einfach auch mitgehen zu wollen. Ja, voll, Leute. Also Mundabputzen ist scheiße, Hertha vergessen, Hertha ist eh unnötiger Fein. Es kommt jetzt, es geht jetzt los, Crunch Time. Zwei Spiele Chelsea, drei Spiele in der Bundesliga. Theoretisch geht es trotzdem noch, dass wir in München die Champions League erreichen und Dortmund die Meisterschaft ermöglichen. Da war ich großer Fan von dem Szenario. Und mit diesen positiven Gedanken will ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mich kurz beherbergt habt. Ja, immer doch. Danke dir, Basti. Grüß die Verrückten von uns. Ich bin jetzt schon sehr, sehr aufgeregt wegen Donnerstag. Wen sehe ich denn von euch am Donnerstag? Bin am Start. Wir sehen uns. Ich fahre da nicht. Wir sehen uns hoffentlich alle. Sehr gut. Bis dann. Mach's gut. Hau rein. Tschüss, tschüss. So, mit was machen wir jetzt weiter? Mit Leverkusen, wo wir schon so ein bisschen angefangen haben? Oder gucken wir dann doch erst auf den Donnerstagskick? Ich denke, wir bleiben in der chronologischen Reihenfolge, oder? Dann lasst uns reden über den Gegner am Donnerstag. Wir spielen 21 Uhr zu Hause gegen Chelsea und es ist kein Spaßspiel, es ist kein Aufwärmspiel. Die werden nicht mit der zweiten Mannschaft da anrücken, sondern es ist ein fucking Pflichtspiel im Europa League Halbfinale, was wir gegen die Mannschaft, die so wunderbare, große Namen hat, wie Hazard, Kante, Higuain und Kepa zu Hause durchführen dürfen, das Hinspiel. Ich kriege jetzt schon eine fürchterliche Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Sollen kommen, Mann, wir sind Frankfurt. Was ist da los, hasser? Das ist die richtige Einstellung. Ja, also ich habe mir am Wochenende mal Chelsea angeguckt, teilweise gegen Manchester United am Sonntag. Und ganz ehrlich, so richtig geil war das jetzt auch nicht, was die da gespielt haben. Also könnte man ja eigentlich auch erwarten, zwei große Namen, aber das war auch eher vielleicht auf einem, definitiv auf einem höheren Niveau, aber so unterm Strich war das auch eher so Eintracht gegen Hertha mit mehr Namen und halt in der Premier League, aber viel mehr war das jetzt auch irgendwie nicht. Also ich finde, wir brauchen uns tatsächlich in der Euroleague dieses Jahr von niemandem zu verstecken, weil wenn man es sich genau anguckt, hatten wir dieses Jahr eigentlich schon von der Gruppenphase angefangen, bis über alle Spiele war das fast eine Champions-League-Saison. Entweder haben wir gegen Mannschaften gespielt, die normalerweise in der Champions-League vertreten sind oder aus der Champions-League runtergekommen sind. Von daher mache ich mir jetzt auch bei Chelsea nicht ins Hemd. Allerdings muss man halt auch einen Fakt so ein bisschen mit einbeziehen, dass wir bis jetzt immer oder fast immer gegen Gegner gespielt haben, denen unsere Körperlichkeit wehgetan hat. Also keine Ahnung, die Italiener, die mochten das überhaupt nicht. Sobald wir ein bisschen draufgegangen sind, hast du gemerkt, dass die anfangen zu schwimmen. Das hat uns im Prinzip auch im Rückspiel gegen Lissabon den Arsch gerettet. Und das wird bei Chelsea völlig anders sein, weil das ist einer englischen Mannschaft eigentlich Bums. Die sind es gewohnt, mit ein bisschen Körperlichkeit zu spielen. Und die werden wir damit schon mal nicht rumbringen können. Das weiß ich nicht. Das ist ein Spiel, was eher über fußballerische Klasse entschieden wird. Nee, glaube ich nicht. Also wie gesagt, an dem Spiel am Sonntag, und das ist auch das, was ich in der Presse so lesen konnte, ist, dass Chelsea jetzt auch keine Mannschaft ist von den Spielern her, die jetzt irgendwie unwahrscheinlich gut mit dem Pressing umgehen können. Also im Mittelfeld vielleicht. Also so ein Kante, der ist halt schon so ein kleiner, fieser Brocken. Gegen den wird es jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen. Aber gerade so deren Außenspieler, so ein William, so ein Hazard oder irgendwas, die kommen halt schon über ihre Schnelligkeit. Die wollen halt auch mit dem Ball da irgendwie gut umgehen. Wenn ihr denen auf den Fuß trittst, das mögen die auch nicht so sehr. Also da haben die auch ihre Probleme. Ich glaube auch, dass das A und O ist, dass wir wieder zu der alten Stärke. Und was uns ja auch, Alex, du hast eigentlich alles 100 Prozent so gesagt, wie ich es auch gesagt hätte, bis auf, dass du am Ende dann gesagt hast, na, Pressing, werden wir wahrscheinlich da nicht weiterkommen. Ich glaube, das wird genau das Wichtige sein, dass wir dieses wunderbare Pressing wieder in die Bälle reinzukommen. Denn das, fand ich, hat gerade gegen die Hertha gefehlt gehabt. Immer der Schritt zu spät, dann gar nicht richtig draufgegangen, gar nicht richtig dieses Pressing gemacht. Natürlich ist Hertha nicht Chelsea, aber gerade wenn du das nicht machst und denen viel zu viel Platz lässt, dann, glaube ich, wird es wirklich super schwierig, wenn du diese Situation, wenn du Chelsea ein bisschen unter Druck setzt. René, ich denke auch, dass du da recht hast, dass gerade so Schönspieler da auch schon ein bisschen Probleme haben und wir natürlich dann entsprechend auch wieder schnell umschalten müssen. Und unsere technische Klasse, normalerweise müssen wir uns da auch nicht verstecken, wenn ein Jovic mal wieder einigermaßen an seine Zielgenauigkeit rankommt und auch ein Rebic, der auch mal ein, zwei stehen lassen kann, wenn er wirklich einen guten Tag hat, denke ich, geht da auf jeden Fall was. Also ein Rebic setzt sich halt in dem Spiel auf. Das ist halt einer, der im Pressing ganz viel vorne macht, aber der braucht halt jemanden, der ihn dabei unterstützt. Und da ist eigentlich so ein Gacinovic schon die beste Wahl, um da mitspielen zu können. Und ich glaube beim Rebic, also bei dem habe ich noch am ehesten so die Hoffnung, dass da in dem Spiel nochmal mehr kommt, als ich eventuell erwartet hätte. Das habe ich bei einem Jovic irgendwie gar nicht. Also da erwarte ich nicht mehr viel. Erwarte ich, dass vielleicht nochmal so ein, ja, irgendwie ein Ball reingegurkt wird, aber so einen großen Sprung. Aber beim Rebic habe ich irgendwie das Gefühl, da geht noch was. Ja, geht noch was. Der ist noch nicht so ganz bei seinen 100 Prozent, die er ja mal angedeutet hat, ist er noch nicht so richtig angekommen. Der könnte da auch ein bisschen was bringen. Aber schwierig wird halt mit dem Thema, weil meines Wissens nach fehlt Rebic doch im Hinspiel. War da nicht irgendwas mit Sperre? Der ist gelb gesperrt, genau. Ach nee. Leg nicht. Das ist natürlich schwierig, jetzt auf den Rebic zu hoffen, wenn der nicht fehlen darf. Vielleicht kann der sicher die Leerbrille anziehen. Ja, ja, genau. Ja, Garzinovic ist ja auch nicht sicher, dass er spielen kann. Aber der wäre halt wichtig, weil ich glaube, über die Außen wird es gegen Chelsea schon so ein bisschen schwierig. Die haben ganz gute Außenverteidiger. Ich glaube, bei denen ist so eher so ein bisschen das Glück, in der Mitte zu suchen. Weil du so ein David Luiz und so ein, wie heißt der andere Kerl, Aspilicueta oder wie man den ausspricht, den komischen Spanier, da, die ziehen auch immer so ein bisschen nach außen. Also da hast du wahrscheinlich in der Mitte so ein bisschen mehr Luft und dafür bräuchtest du dann schon irgendwie einen Garzinovic. Aber wie du schon sagst, der ist ja auch so ein bisschen muskuläre Probleme. Wackelkandidat. Ja, aber so muskuläre Probleme, ich glaube, das ist nichts Großes. Das viel Schwierige dabei ist, dass gerade in der Mitte unsere fußballerische Klasse ja jetzt auch nicht immer aufblitzt. Der Garzinovic, der hat ein paar ganz geile Aktionen im Spiel dabei, aber der hat auch einfach, also wie oft ich auf meinem Platz stehe und mir denke, alter Garzinovic, ich sag's auch hundertmal, der macht mich einfach manchmal wahnsinnig mit, was für Ballverlusten der teilweise oder was für Fehlpässe dazwählen. Oder dann irgendwie, ei, ei, ei. Oft die falsche Situation am Ende trifft, so die falsche Entscheidung. Er macht am Anfang sehr gut und dann der Pass zu spät oder läuft sich dann einfach fest im Gegenteil. Nee, stimmt, das ist tatsächlich sehr seltsam. Haben ja immer gehofft, dass es in den Jahren besser wird, weil der ist ja auch, wie alt ist der denn mittlerweile? 24 Grad mal auch noch, aber trotzdem, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist oft so, dass man doch denkt, verdammt, diese letzte, das letzte einmal richtig entscheiden, das fehlt dann doch oft. Das ist so ein großer Punkt, der bei ihm viel fehlt, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Aber da baue ich ja voll auf Lukas Toro. Also das finde ich so geil, dass der wieder zurück ist. Ja. Und ich glaube, also das ist auch noch so einer von denen, wo ich mir denke, na, da geht noch was. Ja, auf jeden Fall. Nur ich weiß nicht, ob das, im Endeffekt, jetzt musst du ja gucken dann schon wieder, wir kommen ja gleich zur Ausstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Toro am Donnerstag von Anfang an spielen wird. Aber spielberechtigt ist er ja auf jeden Fall, oder? Ich würde ihn auf jeden Fall spielen lassen. Da gucke ich gerade nach, ob er spielberechtigt ist. Das ist nämlich eigentlich eine gute Frage. Die kam ja auch gerade eben. Ich meine aber, ja. Let me check this for you. Yes. Steht. Was du da ja relativ simpel machen kannst, ist so ein Fernandes, der läuft sich ja die Lunge aus dem Hals. Ja. Dem fliegt die irgendwann auch noch auf dem Platz, so wie der rennt. Und ob der jetzt zwölf oder dreizehn Kilometer rennt, ist da auch egal. Und wenn er einen Rode an seiner Seite hat, dann kann er vielleicht mit zwölf Kilometern auskommen. Und wenn er einen Toro an seiner Seite hat, dann muss er den Kilometer mehr laufen. Aber ich glaube, das macht dem tatsächlich nichts aus. Also würdest du tatsächlich Rode draußen lassen? Ja. Also auf jeden Fall aus der Startformation erstmal rausnehmen. Ich würde mit einem Toro anfangen, weil der einfach mehr Klasse mit reinbringt als Rode, dafür weniger Kampf. Und wenn du merkst, dass dir die Aggressivität im Spiel fehlt, hast du da ja immer noch eine Option, wo du sagen kannst, alles klar, dann stellen wir jetzt nochmal um. Aber ich glaube, dass wir ohne das auskommen. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wie du davor nochmal agierst. Dann lassen wir uns jetzt mal die Aufstellung machen. Also Trab im Tor ist, glaube ich, mehr als deutlich. Abwehr, der Klassiker? Wie ist denn der Klassiker? Dika, Hasebe, Hinteregger? Oder Abraham halt. Also Indika ist ja aus den Klassikern so ein bisschen rausgerutscht seit seiner roten Karte. Ja. Ich hätte eigentlich Abraham Hasebe hinter Egger spielen lassen, aber da gehe ich auch mit. Ja, hätte ich auch gesagt. Außen wie immer, klar, da Costa und Kostic. Bei so einem Spiel können wir auch da Costa nicht schonen. Nee. Ja, egal. Ja, also Kostic, da Costa ist vollkommen klar. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, dann ist es in der Mitte spannend. Ich finde, ja, ich kann mich da irgendwie nicht so richtig... Ich bin da freuen, weil Basti hier die neue Büffelherde würde ich ranschicken. Vorne meinst du? Ja, Pacencia, Jovic, Revic. Der nicht spielen darf, weil gelb gesperrt ist? Ach, Mann! Was machst du mir alles immer kaputt? Was heißt ja ich? Der depperte Kerl hat sich die gelbe Karte geholt. Dann hoffen wir mal, dass die Alex recht hat und Kasinovic wirklich nur leichte muskuläre Probleme hat, dass es nicht schlimm ist. Dann lassen wir, genau, Kasinovic spielen mit... Pacencia und Jovic. Genau. Aber die spannende Frage ist dann noch so in der Mitte. Im Mittelfeld. Also mittendrin. Alex sagt Toro und Fernandes. Fernandes, aber ich... Ich hätte jetzt Toro und Rode gesagt. Und ich hätte sogar gesagt, Fernandes und Rode. Weil Toro auch... Ja, das wäre tatsächlich auch meine Alternative. Aber Toro und Rode, das ist so... Das wäre mir zu risky. Meinst du? Weil sie beide zu sehr nach vorne wollen? Nee, gar nicht so. Aber Rode ist so ein kleines... Also der ist für mich mit einem Fragezeichen versehen. Der hat manchmal ganz geile Momente, aber dann sind da auch einfach... Der läuft auch manchmal echt viel sinnlos. Aber Rode ist auch kein Einwechselspieler, oder? Wenn du Kampfesgeist brauchst, ist der ein Einwechselspieler. Zu Massebe hat mal irgendjemand gesagt, der muss nicht da hinlaufen, wo was passiert, sondern der ist schon da. Und das ist bei Rode halt einfach das krasse Gegenteil. Der läuft das Dreifache. Also der ist nie schon da, sondern wo immer was passiert, läuft der Rode hin. Und deswegen ist der bei mir so ein bisschen, ich will nicht sagen leicht in der Kritik. Also es ist halt schon eine Kampfsau, ne? Und den kannst du halt auch rennen lassen. Aber das ist halt auch ein... Das ist halt ein Fernandes auch. Und ansonsten hat der Rode halt auch manchmal so ein bisschen die Tendenz, einen zweiten linken Fuß zu haben. Ja, aber das ergleicht er halt dann viel. Durch den Einsatz. Und eben dadurch, dass er halt überall hinläuft, wo halt gerade irgendwie was ist. Ja, das hilft dir nach hinten. Das hilft dir aber wenig nach vorne. Das hilft dir in der Balleroberung, aber das hilft dir nicht im Spielaufbau. Ja, aber da fand ich Toro jetzt in den letzten zwei Spielen auch aufgrund der langen Verletzungen auch noch so ein bisschen... Der kommt, der kommt. Ja, aber dann gerade in so einem Spiel... Ah, da kann man sich beweisen. Man wächst mit seinen Aufgaben. Aber dann ist doch alles in Ordnung. Dann sag mal, Toro spielt eine Halbzeit, Rode spielt eine Halbzeit und gut ist. Das heißt, Toro schrägstrich Rode und daneben Fernandes, der einfach zwei Stunden am Stück durchläuft. Ja. Der könnte mal versuchen, ob der auch 14 Kilometer hinkriegt pro Spiel. Challenge accepted. Pass auf, der wird dir was zeigen und läuft allein irgendwie zehneinhalb Kilometer in der ersten Hälfte. Nur um es ihm zu beweisen. Kriegt er ein Sternchen. Ja, das musst du eben dann aber ins Sauerstoffzelt irgendwie reinbringen, weil das brauche er danach dann. Oder er reißt sich irgendwann das Trikot mal irgendwie ganz durch und nicht nur irgendwie so oben die ersten drei Zentimeter. Das ist sowieso eine Frage. Warum ist das bei dem immer so? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat einfach keinen Bock, dass ihm das Ding da am Hals hängt. Denn der kann das nicht ab. Keine Ahnung. Es ist so schade, dass jetzt zum Beispiel normalerweise, wenn dieses letzte Spiel nicht gewesen wäre, hätte ich sogar gesagt, komm, lass mir Degussmann spielen. Nein. Nein, nein, nein. Nach diesem Begurke kann es nicht mehr. Oega, sie sind raus. Genau, genau. Danke. Ja, als nächstes kommst du dann noch auf die Idee, Willems da nochmal irgendwie hinzufallen. Degussmann und Willems im Mittelfeld. So verrückt man doch nicht. Ja, also lieber nicht. Ja, ja. Lieber nicht. Dann gucke ich mir lieber nochmal irgendwie das Spiel gegen die Hertha nochmal über die kompletten 90 Minuten an. Ja, aber Leute, normalerweise, die spielerische Klasse hatten Degussmann normalerweise, aber er ist einfach nicht in Form. Ja, aber dann soll er sie bitte auch wieder mitbringen. Die Form? So ist es. Die spielerische Klasse. Sowohl als auch. Ach, das ist ja... Hei, 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 hei. Was hab ich mich aufgerechnet mit denen am Wochenende? Alter Verwalter. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Also auch... Ich mein, früher war er ja wenigstens mal so, dass du das für die Standards gebrauchen konntest, aber selbst das wird ja immer mehr Fallobst. Nee. Schießt ja auch noch nach der Rode. Nee, gegen die Hertha hat Degussmann. Ja. Ja, da war aber auch nichts Gefährliches mit dabei. Gut. Okay. Also, damit haben wir unsere Aufstellung für den Donnerstag. Es wird auf jeden Fall große Stimmung. Es wird mit Sicherheit auch wieder eine grandiose Choreo geben. Oh ja. Ich weiß nicht, gibt's schon Aufruf zur Choreospende irgendwas in der Richtung? Ich hab noch nichts gesehen. Speziell hab ich jetzt nichts gesehen, aber... War dann nicht letzte Woche nach dem Spiel schon irgendwas? Es kann sein, dass ja letzte Woche nach dem Spiel schon was war. Ich hatte nur noch die gesehen vom letzten Euroleague-Spiel. Da kommen ja so viele gerade. Also von daher, wenn ihr da ein Zettelchen seht, unterstützt die Jungs. Naja, man kann auch ohne Zettelchen. Man kann auch ohne Zettelchen. Genau. Ist ja... Also beim Hertha-Spiel wurde auch wieder am Eingang natürlich wie immer obligatorisch gesammelt. Sowohl Haupteingang und, na wie heißt denn der andere? Vom Gleisdreieck aus. Ja. Dementsprechend da gibt's einige Möglichkeiten auch Bargeld unterzubringen, wenn man das möchte. Genau. Also im Chat schreiben sie gerade, dass es am Wochenende in der Tat einen Aufruf schon gab. Also wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann guckt einfach mal auf deren Homepage vorbei. Da stehen die Kontodaten. Dann kann man da eine Überweisung tätigen. haben wir ja auch getan für das, was Basti da gerade so alles auch neben dem Platz leisten und stimmungsmäßig. Das kann man, glaube ich, nicht hoch genug honorieren. Dann müssen wir jetzt noch einen Tipp abgeben für diesen Donnerstag. Basti ist nicht da. Das heißt, der fällt jetzt hier tipptechnisch raus und deswegen darf Dennis anfangen. Gut. Also ich hoffe auf ein 0 zu 0. What? Da ist Alex irgendwie kurz alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich bin total schockiert und überrascht von der Euphorie, die mir hier aus Dennis Tipp entgegenspringt. Das haut mich ja von der Bank, du. Also da geht doch alles. Da können wir in London alles reißen. Gemacht, gemacht. Der Tipp hatte eher irgendwie so Degussmann-Niveau. Also 0-0 tippe ich meistens dann, wenn ich glaube, dass die Eintracht verliert, aber da ich nie gegen die Eintracht tippe, tippe ich dann auf 0-0. Ja. Ja gut, dann versuche ich mal hier die Stimmung in eine andere Richtung zu lenken. 3-1. Ui. Also da ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen hui. Der Übermut spricht aus meinem Tablettenverseuchten. Gefällt mir, gefällt mir. Ich wollte gerade sagen. Diese Tabletten brauche ich auch. Was du da an Medikamenten irgendwie hast, wenn du eine Runde ausgeben kannst, am Donnerstag wäre, glaube ich, ganz gut. Na, 3-1 wäre mir ein bisschen zu hoch, aber 0-0, nee, also da muss schon mehr gehen. Warte, warte, warte. Da muss schon mehr gehen. Warte, bevor du was sagst, René. Ich korrigiere auf ein 1-0 für die Eintracht. Hauptsache kein Tor für Chelsea. Ja, aber ich glaube, das wird schwer. Das wird, glaube ich, schwer. Ich sage 2-1 für uns. Also 1 werden sie machen und dann wird sich das ganze Ding definitiv in London entscheiden und da reicht uns ja dann hoffentlich das Unentschieden. Ja, aber da kann ich da jetzt schon wieder mit leben. Dann sind wir uns jetzt wenigstens einig, dass wir den Bums gewinnen. Ja, das Hinspiel auf jeden Fall. Also das wird stimmungsmäßig so dermaßen irgendwie, Herr Beuth, hören Sie kurz mal weg, da fliegt irgendwie das Dach weg. Ja. Also das musst du einfach gewinnen und dann das Rückspiel durchstehen, unentschieden und dann auf nach Baku. So der Plan. So ist der Plan. So ist der Plan. So, und dann haben wir noch ein zweites Pflichtspiel in dieser Woche und zwar am Sonntag, 18 Uhr in Leverkusen gegen quasi ja direkte Konkurrenz, wenn man es so will. Basti hatte es ja gerade eben schon angedeutet. Die hängen uns da so ein bisschen im Genick und wollen vielleicht auch noch so ein bisschen in die Champions League. Ja, ich glaube, die wollen nicht so richtig. Das war ja die ganze Saison schon so. Also die sind ja immer wieder ein bisschen rangerückt. Da hast du gedacht, oh, guck mal, jetzt kommt Leverkusen von hinten. Dann kam ein halbwegs starker Gegner und zack waren sie wieder raus aus der Verlosung. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so läuft. Also gegen Leverkusen rechne ich mir fast noch mehr Chancen aus wie gegen Mainz. Okay. Mainz ist immer so ein mieses Ding. Wir haben gegen Mainz schon so viele beschissene Ergebnisse gehabt. Ah, Leverkusen auswärts. Wann haben wir da sehr gut ausgesehen? Oh, da war ich mit Basti mal sehr betrunken. Das ist jetzt nicht schwer. Und das sagt jetzt auch nichts darüber aus, ob wir da gut ausgesehen haben oder nicht. Also wir haben da gut ausgesehen. Ja, aber... Ja, ja, genau. Oh Gott. Ja, also was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist auch, ich sag mal, Leverkusen hat nicht die sicherste Abwehr gezeigt diese Saison mit 49 Gegentreffern ist das natürlich schon auch das Torverhältnis. Das ist ja das Schöne, was der Basti vorhin angesprochen hatte. Wenn du im Endeffekt in Leverkusen gewinnst, hast du in Mainz im Endeffekt den Matchball schon und musst dir gar keinen Stress mehr machen, weil vom Torverhältnis dann hinten eh keiner mehr rankommt. Sowohl Gladbach mit Differenz 11 als auch Leverkusen mit Differenz 8 ist natürlich eher lächerlich. Und ja, dementsprechend musst... Tormäßig höchstens irgendwie Hoffenheim, aber... Ja gut, die haben aber ja nochmal einen Punkt weniger dann. Ja, das ist richtig. Die können dann eigentlich nicht mehr rankommen, wenn die dann die... Vor allen Dingen spielen die, glaube ich, am Wochenende gegen Gladbach, ne? Ich meine, ja. Ich glaube, die nehmen sich auf jeden Fall die Punkte weg. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg jetzt am Wochenende. Das ist schon mal gut. Für uns. Und ich glaube, Leverkusen liegt uns auch eher jetzt wie Mainz, weil Leverkusen spielt halt auch und ich glaube, deswegen kassieren die auch so viele Gegentore, die spielen halt relativ hoch. Und wenn eine Mannschaft hoch spielt, ist das halt so ein typisches... Aber das ist so ein typisches Rebic-Spiel, ne? Wo du halt versuchen kannst, auch mal mit einem langen Ball, hier, Bruder schlagt den Ball lang, hinter die Abwehr und dann Laufante. Ja. Das kann halt in Leverkusen kann das perfekt funktionieren. Und da darf er ja auch spielen. Aber es funktioniert halt. Das ist korrekt. Ihr seht, wer mein Hoffnungsträger ist für die letzten Spiele. Ja, ja. Ja, aber ganz ehrlich, meiner auch, weil ich auch gerade, du hattest es vorhin ja schon gesagt, Injovic wirkt so ein bisschen überspielt. Ich glaube, da ist auch, wie du schon so richtig sagst, so diese ganze Thematik mit den großen Namen, die da irgendwie genannt werden und dieser Unsicherheit und dann fehlt ihm irgendwie nebendran vielleicht dann doch irgendwie so der Haller, die ihm da so ein bisschen auch mal in Arschtritt freundlich oder auch bestimmt. Und bei dem Rebic, da glaube ich halt einfach auch dran, dass der gerade in der Phase ist, wo er A, nochmal wirklich an sein Leistungsmaximum rankommt, aber der auch gerade irgendwie so aus dem Winterstaff gefühlt aufgewacht ist und gerade richtig Bock hat, da noch einen zu reißen. Vor allen Dingen, was wir halt beim Jovic auch einfach nicht vergessen dürfen, eigentlich ist es seine erste richtige Profisaison. Letztes Jahr hat er kaum eine Rolle gespielt und davor hat er bei Benfica in der zweiten Mannschaft gespielt. Also, dass der jetzt auf der Zielgeraden nicht mehr der Hoffnungsträger wird, das ist klar. Ja, wir müssen da seine verdammten Tore machen und das ist ja auch wie, ihr habt Sven ja schon gesagt, ja, die Guzman ist natürlich nicht in Form, aber auch wenn er mal kommen sollte in einem dieser Spiele jetzt noch, er muss halt einfach, er hat doch die Saison schon teilweise gezeigt, dass er es kann. Er hat doch ein, zwei Spiele auch durch Tore mitentschieden, die wirklich knapp gelaufen sind, wo du gedacht hast, Mann, der hat technisch schon was drauf und ihr habt es ja schon gesagt und gerade diese, am Wochenende diese Chancen, wo er dann im Endeffekt das Ding wie ein Fieldgoal reinballert, das versteht man einfach nicht. Das kann nur Unkonzentriertheit sein. Er hat ja jetzt nicht das Fußballspiel verlernt in den letzten Wochen. Ich glaube, ich glaube gerade auch so beim Jovic, das ist halt jemand, wenn die Mannschaft nochmal einen Auftrieb bekommt, dann zieht der mit. Aber das wird niemand sein, der den Anfang macht. Und das glaube ich halt echt. Also ich glaube, der Rebic ist halt auch nochmal extra motiviert. Das hat man auch gegen Lissabon gesehen, da hat er ein Weltklasse-Spiel, meiner Meinung nach, nachgemacht. Was gar nicht für mich so richtig honoriert wurde. Und ich glaube, bei dem kommt einfach was. Und der kann auch für mich nochmal derjenige sein, der die Lunte nochmal zündet, die wir jetzt zum Endspurt einfach nochmal brauchen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Typ, der ist Endspielgeil nach letztem Jahr. Ja. Der braucht so den Kick zum Schluss. Das war ja das, was ich meinte. Der wacht so zum Schluss, wacht der nochmal richtig auf. So die letzten vier, fünf Spiele, da dreht er nochmal richtig auf. Ich denke, wen wir da auch noch haben, der eigentlich ja die letzten Spiele oder auch die letzten Wochen immer gut geliefert hat und der auch sehr wichtig ist, um entsprechend den anderen zu zeigen, auf geht's, wir geben nochmal alles, ist für mich Kostic. Der über die Außen ja auch, gerade in diesen letzten, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er da, ja, hast du gesehen, Mann, der neunteste Minute und der macht nochmal den Lauf über die Seite. Ich denke, so einer ist schon einer, der da auch die Motivation bringen kann und da haben wir doch mit der linken Seite eine mega, ja, mega Action, wenn Rebic ein bisschen mit rauszieht, ein Kostic dann von der Seite noch kommt, muss es nicht unbedingt sein, dass da Kosta auch mal wieder an seine Form zurückkommt. Es wäre aber schön, wenn natürlich auch von rechts noch irgendwas kommen würde. Ja, das könnte auch gerade, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass, wie Alex schon gesagt hat, Leverkusen auch eher so eine Mannschaft ist, die da ein bisschen mitspielt beziehungsweise die auch offensiver spielt. Bosch ist ja sowieso einer, der eher offensiv Fußball spielen lässt, gerade auch zu Hause werden die sich nicht irgendwie mit einer Fünferkette hinten reinstellen, sondern die werden da schon eher nach vorne gehen wollen, um da auch irgendwie das ein oder andere Tor zu machen. Tut uns eigentlich nur gut im Spiel. Und dann hast du vielleicht auch wirklich auch in der Außenbahn, wo du wirklich einen Kostic und einen Da Costa da mal wieder die Meter machen können. Ja, es liebt uns eher, auf jeden Fall bin ich voll bei euch. dass du die Dinger da halt auch irgendwie wieder reinkriegst, also dass weder Kostic auf der einen Seite sich irgendwo oder Rebic sich vertribbeln, noch Denny Da Costa irgendwie so eine 40 Meter Querflanke schlägt. Das auf jeden Fall und was mir Hoffnung macht, ist, dass Drab auch wieder so ein bisschen zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Also es ist sicherlich das ein oder andere Mal erwähnt worden, wie geil er in Hertha in Berlin, also gegen Berlin gehalten hat. Musst aber natürlich sagen, er hat jetzt mal so ein kleines Tief immer mal gehabt und also wenn er die Leistung gegen Leverkusen und auch natürlich gegen London zeigt, dann mache ich mir da auch keine Angst hinten. Das ist dann schon nochmal so ein Rückhalt, wo einfach auch die Abwehr sich gut drauf verlassen kann. Wichtiger Spieler, Drab in Höchstform kann uns da ganz wichtige Punkte noch bringen. Ja, das denke ich auch. Also das wird auf jeden Fall ein sehr offener Schlagabtausch da am Sonntag werden und wie ihr schon so richtig sagtet, es ist dann dadurch, dass sich Gladbach und Hoffenheim gegenseitig so ein bisschen die Punkte wegnehmen, könnte das so der erste ganz, ganz große Schritt sein in Richtung Matchball und dann müssen da am Ende nochmal irgendwie eins, zwei Punkte gegen die letzten beiden Gegner mitgenommen werden und dann sollte das Thema da eigentlich ganz gut aussehen. Auf jeden Fall. Wollen wir jetzt heute schon was zur Aufstellung sagen oder sparen wir uns das auf, weil es ist ja noch ein bisschen hin. Ich glaube, es wird problematisch, weil du mal gucken musst, wie du aus dem London-Spiel halt rausgehst. Da kann es ja auch passieren, dass der ein oder andere ein bisschen überspielt ist. Wer auf jeden Fall spielen wird, wo wir uns sicher sind, ist Revic, der kann ich ja schon am Donnerstag. Ja, das wäre mal schön, wenn der mal in eine Aufstellung kommt. Nee, ansonsten wird es glaube ich wirklich schwierig, weil du gucken musst, wer ist verletzungsmäßig, kommt ein Garzinovic wieder in Form bis dahin auch oder schon am Donnerstag, müssen wir einfach mal gucken. Ja. Dann lassen wir den Punkt mal offen, aber tippen müssen wir dann trotzdem. Basti hatte uns gerade eben noch geschrieben, er sagt 1-1 in Leverkusen. Dennis, was sagst du? Alter, was ist das denn hier für ein Pessimismus? Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, dass das eher einen richtigen Schlagabtausch gibt und wir das Spiel mit 3-2 gewinnen. Alex? Ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, dass auch Leverkusen schaffen wird, gegen uns Tor zu schießen, bin aber da ähnlich positiv wie gegen Chelsea und tippe auf ein 4-2. Ja, und ich habe lang überlegt, aber ich hatte den Tipp schon im Kopf, bevor Alex ihn ausgesprochen hat, ich sage auch, dass wir da mit einem 4-2 nach Hause fahren für uns. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr ansehnliches Spiel am Sonntag. Gut, dann haben wir doch unser Pflichtprogramm für diese Woche durch und müssen mal noch über eine höhere Frage sprechen, die wir geschickt bekommen haben und die kam von Edsonos Rox und zwar schreibt er, mir fällt verstärkt auf, dass die Einwürfe der Mannschaft selten gut und organisiert ausgeführt werden. Sollte man sich da nicht mehr staffeln und nicht nur vom Spieler den Ball auf den Einwerfer zurücklegen, fällt euch das auch auf? Was sollte man sich da nicht mehr staffeln? Okay. Also er sagt halt quasi, was ihm ausfällt, ist, dass quasi wir immer das Gleiche machen und zwar unorganisiert. Wir werfen den Ball zu dem nächstlegenden Spieler und der spielt den Ball quasi zu dem, der ihn einwirft, wieder zurück. Das liegt meiner Meinung nach auch zum Großteil einfach daran, dass im Regelfall die Einwürfe entweder auf der einen Seite von Kostic oder auf der anderen Seite von Da Costa gemacht werden und die Idee wahrscheinlich dahinter ist so nach dem Motto, ey, da ist der Ball wieder und jetzt auf die Linie hoch und gucken, dass du den Ball irgendwie da in den 16er reingeflankt bekommst oder reingepasst bekommst oder irgendwas. Ja, ist mir auch aufgefallen und das geht selten irgendwie gut. Ja, bin ich auch bei euch. Aber ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Also ich meine, das ist ja ein ganz privates Mittel, wie du deinen Einwurf machst, weil im Moment des Einwurfs konzentriert sich ja alles auf die Spieler, die nicht am, also nicht auf den Einwerfer, sondern auf die Spieler drumherum, die den Ball abnehmen können. Das heißt, der Spieler, der nach dem Einwurf am meisten Platz hat, um mit dem Ball dann auch irgendwas zu machen, ist der, der ihn geworfen hat. Ja, klar. Also von daher ist das eigentlich eine ganz logische Aktion. Ja. Da irgendein System sich zu überlegen, dass du, keine Ahnung, auf Spieler 1 wirfst, der sich umdreht und auf Spieler 2 passt, ist ja viel durchsichtiger. Das machst du einmal und genau der Weg ist beim nächsten Mal zugestellt. Zumal du auch da, das schreibt auch der Alex gerade im Chat, nicht alleine bist. Also das ist halt auch so eine Variante, die machen sie gefühlt irgendwie alle. Ja, ja, das stimmt. Die machen sie ja auch nicht alle, weil es die dümmste Variante ever ist. Also weil es die ist, die halt am meisten Sinn ergibt. Das ist schon richtig, ja. Genau, von daher hast du halt, du hast halt ein bisschen Zeit, dann haben sich Leute Zeit zu positionieren und von da aus kannst du flanken. Was bei uns generell ein Problem ist, ist den zweiten Ball zu verwerten. Also es ist relativ häufig so, dass wir vielleicht nicht den ersten, aber dann den zweiten Ball bekommen und daraus nichts machen. Und das Thema ist auch bei Abschlägen so. Also die Abschläge vom Trab, die kommen manchmal irgendwie auf den Kopf von irgendjemandem, der versucht nach hinten zu passen, aber da ist halt nie jemand. Das heißt, wir gewinnen den ersten Ball. Aber da fehlt auch ein Haller, Alex. Und am zweiten, ja, aber auch er ist es. Er ist ja derjenige, auf den Trab spielt. Und wenn er da ankommt, dann fehlt einfach jemand, der auf den zweiten Ball mit drauf geht. Und das ist das Gleiche auch bei Einwürfen. Ich finde, da müssen wir einfach generell ein bisschen aktiver werden. Aber findet ihr nicht, also klar ist ein Einwurf auch ein Standard. Bei den Standards haben wir uns generell, fand ich, die letzten Monate verbessert, weil vorher hast du ja immer gedacht, oh Gott, haben wir einen eigenen, eigenen, ja, Eckball gemacht. Und eigentlich warst du Angst, dass du ein Tor fängst, ein Gegentor fängst. Auf der anderen Seite mit den Einwürfen, ihr habt natürlich recht, klar, es ist zu kompliziert, dürfen sie nicht sein. Aber was mir schon auffällt ist, was wir gar nicht hinbekommen, aus einem Einwurf eine Situation zu generieren, in der wir im Endeffekt, denn ihr habt es richtig gesagt, eigentlich konzentriert sich alles an diese Stelle des Einwerfenden und du müsstest irgendwo Plätze haben und diese normalerweise durch einen guten Seitenwechsel, einen gezielten Seitenwechsel, ganz gut auszunutzen, finde ich schon, dass das selten gemacht wird. Und ja, ihr habt auch recht, mit dem zweiten Ball und so weiter, aber es sind schon so ein paar taktische Mittel, wo man denkt, da ist noch viel Luft nach oben und so ein probates Mittel wie einen guten Einwurf, der wirklich so ein Spiel auch eventuell mal ein bisschen entschlacken und ein bisschen auseinanderziehen kann, wird dann schon meiner Meinung nach ein bisschen, also ich kann die Hörerfrage gut nachvollziehen, es ist teilweise so, haben viele Mannschaften das Problem, aber gerade, wenn du den nächsten Schritt machen willst, musst du dich in diesen Punkten und das fängt an bei, ihr habt es gesagt, Abstöße, die teilweise wirklich katastrophal sind, es geht weiter mit den Einwürfen, es geht weiter mit Freistößen, Eckbälle, da ist überall meiner Meinung nach noch gut Luft nach oben, die du unbedingt auch im Training irgendwie noch besser einstudieren, ein bisschen mehr, auch mal, ihr habt recht, klar, aber wenn du mal einen geilen Einwurf hast, der vielleicht dann auch eine Situation erzeugt, dass du eine gefährliche Situation, dann hast du eventuell wieder entweder einen gefährlichen Abschluss oder sogar ein Tor, dann lohnt sich das auch da mal was Komplizierteres einzuüben, anstatt bei jeder Situation der Ball eingeworfen, zurück, Ball verloren, okay, jetzt ist es ein bisschen ätzend, aber ist halt so. Ja, wenn du zumindest irgendwie die Option hast, mal statt 5 Meter Einwurf, mal einen 15 Meter Einwurf mit einzustreuen, dass du aus diesem Geknäuel, was vor dem Einwerfer oft ist, schon mal raus bist und da vielleicht deinen nächsten Raum suchst, da hast du vollkommen recht. Das ist genauso, was du angesprochen hast, Freistöße. Wir haben ganz oft Freistoßsituationen, wo wir so, keine Ahnung, 30, 35 Meter weg vom Tor sind und da kommt dann halt einfach ein Freistoß, der direkt irgendwie nach vorne reingeht. Der könnte teilweise sogar auch ein Torschussversuch sein. Finde ich auch völlig übertrieben von da. Also es ist eigentlich eher eine Freistoßvariante, wo du dir jemanden suchst, der vielleicht auf 20, 25 Metern steht, auf den nochmal einen Pass spielst und von da aus eine Flanke irgendwie reinbringst oder so. Also ich weiß nicht, was diese Wahnsinnsschüsse aus dem Halbfeld sollen. Das nervt mich auch jedes Mal. Aber da hast du recht, da kann man sicherlich noch ein bisschen was machen. Aber generell würde ich halt die Variante als solche nicht komplett verteufeln, weil ich glaube, das ist halt schon das Naheliegendste. Ja, stimmt. Sieht man ja auch sau oft insbesondere in der Bundesliga ist das wirklich gang und gäbe. Ja, aber auch bei anderen. Also wie Alex schon sagt, das ist halt einfach der Spieler, der in der Situation dann den meisten Platz hat. Also würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, da woanders hinzuspielen. So, ich hoffe, wir haben die Hörerfrage damit ausreichend und zufriedenstellend beantwortet. Wenn auch ihr liebe Hörerinnen und Hörer eine Frage habt, dann lasst sie uns zukommen über die Wege, die ihr kennt. Und dann werden wir die in einer der nächsten Sendungen einbauen. So, und jetzt bauen wir den Domschwätzer der Woche ein. Der kommt nämlich jetzt als nächstes. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und da müssen wir natürlich an dieser Stelle jetzt erstmal auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat, bevor wir denn zu den Nominierten der diesjährigen oder der diesen Woche kommen. Und zwar hat letzte Woche gewonnen und das war echt mit einem ganz, ganz großen Abstand vor den anderen mit 58,9 Prozent. heißt der Sieger des Domschwätzer der letzten Woche, Thomas Doll, für diese wunderbare Aussage, es ist eine merkwürdige Saison, schade, dass ich das alles miterleben muss. Verdient, würde ich sagen, ja. Das ist aber auch ein Typ, ne? Also, was der, was der in Pressekonferenzen und Interviews raushaut, also, wo sie den ausgegraben haben, das, also, eigentlich kann sowas nur RTL inszeniert haben. Ja, genau. Ja, oder, oder der Böhmermann. Ja, dem würde ich das auch noch zutrauen. Also, für RTL ist, wäre das dann eigentlich schon wieder, ähm, zu intellektuell. Oh Gott. Also, wie, wie er sagt, es ist passt wunderbar und verdienter Gewinner der letzten Woche. also, so viel Mist, er hat es ja, man muss ja, eine Kleinigkeit muss man ja bemerken, er hat es sich ja selbst ausgesucht. Dankeschön dafür. Ja, also, Hannover-Fans tun mir da echt leid gerade, für den Kram, den sie da mitmachen müssen. Auf der anderen Seite, als Unbeteiligter, in dem Fall wirklich Unbeteiligter, kann man das ja sagen, äh, es ist halt einfach, also, du hast halt jede Woche irgendwas, was du halt irgendwie verwerten kannst. Also, für die Journalie muss das da ja gerade großartig sein. Da kannst du ja, da kriegst du so viel Futter in diesen Pressekonferenzen. Es ist einfach großartig. Ja. So, dann gucken wir mal, ähm, wer diese Woche nominiert ist. Und gleich der erste, gleich beim ersten fängt es mit Bastis Lieblingsspieler an. Und zwar, nominiert von Eborn71 und S. Deckenbach, Thomas Müller für seinen Erklärversuch, ähm, nach dem Elfer in diesem Premienspiel, wo er ja in der Woche davor oder zwei Wochen davor noch gesagt hat, irgendwie so ein Elfmeter, den würde er ja freiwillig vorbeischießen. Ähm, ja, also, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das ein Elfer war und dieser Erklärversuch, die einen sagen, immerhin äußert er sich und auf der anderen Seite kann man aber auch wieder sagen, es ist halt Thomas Müller. Also, ich kann da beides gelten lassen. Ja, manchmal kann man auch einfach mal still sein. Ja, das ist richtig, ja. Sehr gut, ja. Genau, still sein könnte auch meine Nominierung, weil die kommt hier schon direkt an Platz zwei und zwar Sky für diese absolute Unfähigkeit, äh, Spielerinterviews oder Trainerinterviews nach diesem Spiel. Ich meine, dass du als Spieler da vielleicht auch irgendwie andere Dinge im Kopf hast, aber ich habe mir die Interviews nach dem Hertha-Spiel angeschaut. Sie hatten einmal Freddy Bobic befragt und einmal Martin Hinteregger und ganz ehrlich, für den Bockmist an Fragen, die die denen gestellt haben, haben die echt solide Antworten gegeben. Aber ganz ehrlich, da geht dieser Mensch hin und fragt Martin Hinteregger, sie haben heute nicht gewonnen. Warum? Ja, weil er kein Tor geschossen hat, Gottverdammte Scheiße, noch eins. Also, kann man sich nur darüber aufregen. Wobei ich weiß gar nicht, ob ihr es in der letzten Folge angesprochen habt, da auch mal wieder großes Lob an Dani Dacosta, der im Interview nach dem Lissabon-Spielen nach der zweiten Frage einfach gesagt hat, sorry, ich will jetzt feiern gehen, ist okay, oder? Funschgeil. Gar nicht gesehen, aber sehr gut. Weltklasse. Er stand halt im Interview da und hat so die erste Frage, die halt auch wieder war, na, was ist das für ein Gefühl, hier zu spielen, bla bla bla. Er hat dann noch freundlich beantwortet und dann siehst du schon, so wie der Kopf die ganze Zeit hinten zur Kurve geht und auf einmal guckt er den Reporter nur an und sagt, ich würde da jetzt gerne feiern gehen, ist okay, oder? Und verpisst sich. Sauwitzig. Großartig. Echt guter Typ. Da hätte ich mir auch... Der Dalli. Also Bob, ich muss echt sagen, ich ziehe den Hut vor Bobic in dem Interview da nach dem Hertha-Spiel, wo er auch wieder irgendwie so blöde Fragen hat, von wegen, ja, die Eintracht war irgendwie schlecht, wo er seine Aussage verwegen, naja, aber es war ja nicht so, dass wir die einzig schlecht spielende Mannschaft auf dem Platz waren heute. Also ganz ehrlich, ganz viele Kudos dafür, dass er das halt durchgezogen hat. Ich glaube, ich wäre da auch nach der zweiten Frage gegangen, weil das war auch total sinnbefreit. Man muss aber natürlich auch sagen, es ist auch schwierig, natürlich da entsprechend Fragen zu stellen, die unbedingt jetzt angenehm sind. Weiß ich, ich verstehe deine Nominierung, René, ich muss aber auch sagen, im Endeffekt, die Reporter, was sollen sie die sonst fragen? Natürlich können sie ein bisschen spezifischer und nicht dieses 0815 bla bla, was sowieso in jedem Mist abgefragt wird, aber, ja, ich weiß gar nicht, ob es dann nicht sinnvoll wäre, einfach die Leute in Ruhe zu lassen. Und da muss ich wieder sagen, lieber Alex, einfach mal die Leute in Ruhe lassen oder einfach mal den Mund halten und so weiter ist dann vielleicht tatsächlich bei so Sachen die bessere Lösung. Ja, vor allen Dingen, andere Sender schaffen es ja auch. Also ich meine, wenn du dir zum Beispiel RTL Nitro anguckst, wenn die ein Euroleague-Spiel übertragen, die bleiben einfach noch eine Stunde lang nach dem Spiel drauf. Die sind unten im Stadion. Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von Roman Weidenfeller, weiß Gott nicht. Also da könnten sie tatsächlich mal sich über eine Neubesetzung Gedanken machen. Aber ich finde es halt geil, dass die einfach im Stadion unten drin bleiben, du kriegst die Atmosphäre mit. Die zeigen das eine oder andere Tor nochmal und da halten sich halt selber über das Spiel und bringen erst mal ihre eigenen Analysen rein und lassen halt den Rest erst mal in Ruhe und ab und zu, wenn dann Zeit ist, kommt dann in der Stunde mal ein Spieler dazu und kann sich irgendwie am Gespräch beteiligen. Da kriegst du eine ganz andere, also da kriegst du die Atmosphäre aus dem Spiel mit, du kriegst ein ganz anderes Gespräch hin, du belästigst die Spieler nicht und du hast halt auch noch einen wertvollen Beitrag geleistet, weil gerade wenn wir ein Spiel gewonnen haben, habe ich halt echt Bock noch möglichst viel davon mitzubekommen, wenn ich es im Fernsehen gucke. Das ist genauso wie im Stadion, wenn wir gewonnen haben, stehe ich auch nicht auf ein Rennen raus, wenn man die Bahn gleich fährt. Das ist ja so, ne? Und ich finde, das machen die halt echt gut und Sky macht es halt so, das Spiel ist aus und mit Abpfiff kommt diese Grombacher Werbung und dann geht es halt irgendwie rein und dann muss direkt der erste Kerl zum Interview bereitstehen. Und das finde ich halt auch... Und wenn man mit Rütze bei rumkommt, ist halt auch... Bei The Zone machen die das ja auch, dass du quasi dann, da haben sie ja auch ganz oft dann immer erst irgendwie einen von der Mannschaft oder vom Trainerstab, der jetzt vielleicht nicht irgendwie so direkt involviert war. Beim letzten Spiel hatten sie dann irgendwie Haller dann da, der dann da irgendwie was gesagt hat, dann hast du auch so ein bisschen Zeit. Die haben ja dann auch nochmal so ein bisschen Emotionen und Feiern vor der Kurve gezeigt, bis dann so die ersten Spieler und der Trainer oder irgendwas kam, die dann halt eben das auch in der Art und Weise machen. Die aber halt auch einfach Fragen stellen, wo die Antwort vielleicht dann nicht irgendwie so zitierfähig irgendwie in zwei Zeilen ist, sondern die Antwort dann halt auch mal länger geht. Aber dann ist es halt auch wenigstens eine sinnvoll gestellte Frage und es ist dann halt auch eine Antwort, mit der ich als Zuschauer was anfangen kann. Weil ich brauche nichts, was ich irgendwie am nächsten Tag zitieren kann. Das ist mir vollkommen mumpe. Ne, guter Punkt, ja. Ja? Bin ich bei euch. Gut, machen wir weiter. Ich habe mich jetzt genug über Sky aufgeregt, dass die jeden Monat viel Geld von mir kriegen. Alter, Alter. So, nächster Nominierter, auch großartig, kommt von Steffen und zwar ein weiterer Freund unserer Sendung, Uli H. Uli! Für seine Aussage zu diesem möglichen Schalke-Transfer zu Nübel. Dazu kann ich nichts sagen, weil Investitionen unter 25 Millionen nicht in meinem Aufgabengebiet sind. Ganz ehrlich, in der großen Firma ist es auch so, dass Leute irgendwie bis zum gewissen Rahmen irgendwie Entscheidungen treffen können. Alles vollkommen fein. Ist wahrscheinlich bei so einem Multi-Millionen-Fußball- Vereins-Konsortium auch irgendwie nicht anders da. Aber ausgerechnet Uli Hart, der zu allem irgendwie eine Meinung hat, der wahrscheinlich sogar zu den Lottozahlen irgendwie ungefragt seine Meinung sagen würde, mit so einem Ding kriege ich nicht rein. Ne, ist cool. Auf jeden Fall. Danke Uli dafür. Ja, großartig. So, und der nächste kommt von EFC Appleboyer und zwar auch ein Freund unserer Sendung, Julian N. Für seinen Opernvergleich und das Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderliegen. Da ging es auch um dieses Thema mit irgendwie Fans, die früher das Stadion verlassen, wo er diesen wunderbaren Vergleich gebracht hat. Da kann er sich auch vielleicht nochmal so ein bisschen daran orientieren, zu welchem Verein er in der nächsten Saison geht und wann da die Fans gehen, weil irgendwie wegen Verkehrssituation und so. Ne, wir erinnern uns. Was ein Irrsinn. Ja. Okay. So, und dann haben wir die vorletzte Nominierung, die kommt auch wieder von EFC Appleboyer und zusätzlich noch von Edda Russell-Adler und zwar die Welt für ihren wunderbar schlecht recherchierten und absolut populistischen Beitrag zu Fans und Plakaten nach dem hier Derby Dortmund gegen Schalke. Also schlechter recherchiert ging fast schon gar nicht mehr. Den habe ich leider gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich schicke dir den ich packe ihn extra nicht in die Shownotes. Es ging halt im Prinzip einfach nur darum, dass wegen diesen ganzen Schmähplakaten, die ja jetzt am Wochenende auch wieder gewesen sind mit irgendwie hier zu dem Anschlag auf Dortmund, wo ich sagen muss, das ist echt harte Tobak, das muss man nicht bringen. Aber da war dann irgendwie auch wieder haben sie wieder irgendwie einen ausgegraben, der sagt von wegen zum Glück hat die Polizei in Deutschland das Gewaltmonopol, aber sie müsste da auch endlich mal durchgreifen. Ja, und dies und das und jenes, wo ich mir denke, ja, aber ihr regt euch da über Gewalt auf, aber wenn dann irgendwie hundert von diesen Stormtroopern mit Knüppeln in so eine Menge da reingehen, das findet er dann irgendwie wieder geil. Nee. Also entweder finde ich Gewalt scheiße oder ich finde Gewalt geil, aber dann kann ich es nicht bei dem einen Ja, bei dem anderen. Nein, geht nicht. Okay. Ja, einigt euch. Fand ich ganz, ganz schlimm. Ich schicke dir mal den Link. Also das tut beim Lesen echt weh. So, und die letzte Nominierung, die kam gerade eben noch und wir hatten schon mehrmals angesprochen von Tremo S und zwar Thorsten Legert allein für seine Anwesenheit. Ja, gut. Also diese hitzige oder diese Motivationsansprache, die er da irgendwie vor diesem Hannover-Mainz-Spiel gebracht hat, die war hui, hui, hui. Also definitiv irgendwas zwischen totaler Belustigung und absolutem Fremdschämen. Oh Gott, ja. Thorsten Leger, danke, danke dafür. Das ist auch wirklich schön gewesen, ja. Eine Sache, weil du vorhin gesagt hast, Sky nominiert. Also ich muss sagen, ich hatte gestern auch noch teilweise das Spiel geschaut gehabt. Ist keine wirkliche Nominierung, sondern es hat mich nur gewundert, dass so häufig irgendwo draufgeprügelt wird, ah, die Pyro wieder, diese scheiß Pyro im Stadion. Also ich habe nicht nachgezählt, aber ich tippe mal vielleicht so 20, 30 bengalische Fackeln, die in dem schönen roten Block dann doch häufiger mal lassen wir es 100 sein. Also es war schon überraschend, dass da kein Satz, es wurde zwar häufig mal reingefilmt und mal geschaut, aber das ist wieder so, was ist das hier für eine Scheiße? Dann halt immer den Mund und dann akzeptierst und nicht, oh, die Bayern, die geilen Bayern, geil hier. Also er hat auch nicht gesagt, deshalb ist es keine wirkliche Nominierung. Wieder vielen Dank für diese super Stimmung hier, aber auf der anderen Seite, du merkst einfach, es wird überall mit zweierlei Maß gemessen und das geht mir so richtig auf den Sack auch. Wollte ich nur noch mal lösen. Erst recht, wenn die Bayern irgendwie dran beteiligt sind. Genau. Also das merkt man halt schon irgendwie sehr. Ging mir auch auf den Sack. Ich habe es mir auch angeguckt und hatte auch die ganze Zeit gesagt, ja, hätte die einfach das gemacht, dann wäre schon wieder von bürgerkriegsähnlichen Zuständen die Rede gewesen. Danke, danke Alex. Und bei den Bayern ist es halt einfach, oh ja, jetzt müsste man, ach, wo haben die das viele Zeug denn her? Guck mal da. Wie kriegt man das nur immer ins Stadion? Naja, egal. Vor allen Dingen, also ich meine, das Spiel wurde ja auch unterbrochen. da sind ja auch Leuchtraketen geflogen. Wie gesagt, es wurde nicht viel dazu gesagt. Das war wieder so, danke, also die Nominierung wäre eigentlich fürs Nichtsagen und diese Scheiße, wie du Alex, du hast so recht, normalerweise, wenn es bei der Eintracht gewesen wäre, ach, die sind so oft schon aufgefallen. Ach, du Schande, die kriegen auf jeden Fall hier, warum greift da nicht der Polizeistaat mal wieder richtig durch, holt diese Schweinehunde raus, die müssen doch identifizierbar sein, oh mein Gott. Hat keiner nach Wasserwerfern oder irgendwas gefragt? Komischerweise, nein, es ist auch keine Hunderschaft reingegangen, also es ist gar nichts passiert, da unten standen weiterhin sieben Ordner, haben gewartet bis vorbei, sind fertig. Genau so ist es, ja. Könntest du auch bei jedem Spiel so machen, weil was passiert denn großartig, ja, Wasser halt ist fertig, gut. Ja, naja. Also, man kann es halt auch echt total, total übertreiben. Gut, aber du sagst, es ist keine, keine wirkliche Nominierung, hättet ihr denn sonst noch jemanden, der nominiert werden sollte aus eurer Sicht oder sind alle diese Woche schon drauf? Du, ich bin sonst sehr zufrieden mit den auf der Liste stehenden. Uli H. ist dabei, was will ich mehr? Ragensmann, danke. Ja, es wird schwierig diese Woche. Thomas Müller, Uli H., Julian N., Thorsten Legert, Sky. Also, ich würde mich da nicht entscheiden wollen, aber ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch entscheiden. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Folge, stimmt ab, wer aus eurer Sicht den Dummschwätzer der Woche verdient hat, dieses Mal, und dann werden wir das in der nächsten Woche auflösen. So, und jetzt kommen wir hier normalerweise zu dem Blog, wo wir über gute Taten und Empfehlungen sprechen, und ich glaube, die einzig gute Tat, die ich nennen kann, ist, guckt euch am Donnerstag das Euroleague-Spiel an, und das wäre gleichzeitig auch meine Empfehlung. Mehr habe ich da diese Woche nicht, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, dann würde ich den Jingle noch spontan einspielen, aber ansonsten bin ich da so ein bisschen, ist meine Liste da so ein bisschen erschöpft. Tatsächlich auch nichts mitbekommen. Meine gute Tat für diese Woche wäre auch, es ausfallen zu lassen. Genau, das ist, glaube ich, die gute Tat, die wir jetzt für die Alex tun können, damit die dann wieder sich eine Runde Medikamente einwerfen kann und sich hinlegen kann. Dann würde ich sagen, biegen wir doch auch dann quasi auf die Zielgerade ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, denkt nochmal an den Aufruf vom Anfang mit den Aufklebern. Tragt euch in die Liste ein. Ich würde mich ganz, ganz toll freuen, jetzt habe ich am Anfang vergessen zu sagen, dass die Menschen, die uns sehr regelmäßig hier mit Spenden unterstützen, sich da eintragen. Den würde ich auch gerne Aufkleber zukommen lassen. Also von daher tragt euch ein. Ich würde euch dann auch in dieser Liste so ein bisschen nach vorne mogeln, weil ich finde, ihr habt es dann auch am meisten noch verdient, die als erstes zu bekommen. Und wie gesagt, für circa 100 Leute habe ich jetzt Aufkleber. Hier liegen, wer 101, 102, 100, weiß ich nicht, 195 wird. Da überlegen wir uns dann, ob wir nochmal nachordern. Könnte ich mir durch Aufkleber stellen. Logisch. Tragt euch da auf jeden Fall mal fleißig ein und dann sammle ich das so ein bisschen und schicke das immer in Wellen raus. Und klebt vor allen Dingen auch fleißig. Da, wo ihr hinkleben dürft, natürlich. Selbstverständlich, dass hier kein Aufruf zur Straftat sein. Genau. Aber wenn ihr zum Beispiel in Urlaub fliegt, dann auf euer Reisegepäck zum Beispiel oder auf das Reisegepäck eures Nachbarn, wie ihr mögt, das dürft ihr dann entscheiden. Genau. Ich habe noch eine Empfehlung und zwar sammelt gute Taten, schickt die uns, damit die Leute auch Bescheid wissen, was so abgeht und was wir eventuell auch unterstützen können und so weiter. Einfach über die berühmten Kanäle, die ihr ja alle kennt, einfach uns ein bisschen Bescheid geben und dann können wir vielleicht auch in der nächsten Folge eine gute Tat von euch hier präsentieren. So ist es. Das hast du wunderbar gesagt, Dennis. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Lieber Alex, lieber Dennis, danke, dass ihr auch diese Woche mit dabei wart und auch nochmal an Basti so in die Ferne gesprochen. Danke dir. Alex, gute Besserung weiterhin. Dankeschön. Ja, gute Besserung. Wir wünschen euch, lieben Hörer und Hörerinnen, ein wunderbares Spiel gegen Chelsea am Donnerstag, egal ob ihr vor Ort seid oder es im Fernsehen oder sonst wo schaut. Viel Spaß. Allen, die am Sonntag nach Leverkusen fahren, bringt drei Punkte mit. Die brauchen wir ganz, ganz tolle für die Liga und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, hey, let's get out of hand, boy. Hey, hey, let's get out of hand, boy. Outro Outro